Ist es geschlossen oder ist es offen? Es ist lockt. Ich brauche einen Schlüssel für das. Ja, du hast es. Wir müssen einen Schlüssel finden. Da! Love Yourself steht da drauf. Und ein Add. Smile und Orient. Okay, Treppe hoch. Du denkst, dass es einen Schlüssel gibt? Ich weiß nicht. Wir gehen und sehen. Wie ein kleiner Ninja. Wie ein kleiner Schlüssel. Wie ein kleiner Schlüssel bedeutet. Ein kleiner Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Wir müssen eine Schlüssel finden. Ich habe dich schon gesagt. Ich habe ihn gefunden. Wenn du ihn gefunden hast, dann siehst du. Warte und lehren, wie eine Schlüssel finden. Okay, wir wischen uns erstmal um. Hinterkunft. Ja, aber es braucht eine Passwort. Ich werde ihn finden. Warte mal kurz. Wäre auch zu gut. Ich bin jetzt aber auch aufgeregt. Wenn der Code 1234 wäre. Ausgeregt du. Ich werde die Schlüssel finden. Ich werde die Schlüssel schauen. Schau. Ich habe ein Papier gefunden, mit ein paar Zahlen. Geh, es könnte es dabei sein. Okay. Das könnte der Code sein. 8, 9, 4, 5. 8, 9, 4, 5. 8, 9, 4, 5. 8, 9, 4, 5 zurück hier mal, ich schneide den Code ein sehr gut, müssen wir uns gar nicht merken aber das ist nur 6, da hat es 6 hingeschrieben also 8, 6, 4, 5 was? also vielleicht andersherum 5, 4, 6, 8 sehr gut ich muss das jetzt vorlesen oder was? ich muss das jetzt vorlesen und merken geil Yesterday. Hi, you there? Yeah, I was in the toilet. LOL, OMG, VTF, XDA, no need that info. Oh, that's your infection. It's fine. Super, we can talk some other time talk. Take care. Klammer auf 3. Blader boat. Arnie over. B.S.D.S.D.S.D. I forgot to tell you about that spare key inside the safe. If you need it, it opens all the und Cages Code 27581, dann müssen wir uns glaube ich merken, 27581, ich schreibe den mal gerade in den Chat, dann kann ich mir den gleich nochmal durchlesen, 27581, so 27581, so, dann kann ich nachher, wenn ich mir den, wenn ich das vergesse, werde ich nochmal nachgucken, okay, ich dachte, es klingelt an der Tür, ich sollte glaube ich mal hingehen, Sekunde, lest euch das mal durch, während ich weg bin, eine Ewigkeit später, ist der Stream noch online, oder habe ich eine Toilettenpause verpasst, du hast eine Toilettenpause verpasst, nee, es hat an der Tür geklingelt, ich habe eine Lieferung bekommen, musste gerade mal aufmachen, ich konnte nicht warten, ja, das Wichtige haben wir jetzt, den Code haben wir gefunden, in der Mail-Austausch hier, im Chat, das Stream ist noch online, ich musste kurz weg, so, jetzt können wir ja weitermachen, hast nichts verpasst, Mordi, ich habe das euch auch nicht durchgelesen, die Sicherheitsregeln im Umgang mit dem großen, bösen Wolf, wenn der Wolf auf dich zuläuft, bereit anzugreifen, dann solltest du nichts aus dem Leben bereuen, weil du es wahrscheinlich, weil du wahrscheinlich sterben würdest, Gute Frage, Ich muss mal gerade einen Schluck trinken, Nee, ist nicht die Gerichtsverzieher, Mordi, der war ein Getränkelieferant, haben wir Getränke liefern lassen, und der kam schneller als gedacht, ich dachte, der kommt erst nach dem Stream, Oha, der Code, ah, das ist der Code, den wir hier haben, den habe ich hier im Chat geschrieben, Der Code 2, 7, 5, 8, 1, passt auch richtig, sehr gut, gut, dass ich mir aufgestimmt habe, Ach, der Snob bestellt sich jetzt schon seine Tafelwasser oder was, Tatsächlich habe ich eine Flasche Wasser bestellt, das ist richtig, mit einer Flasche in der Kiste, Es ist aber kein Tafelwasser, Wenn sich gebrochene Herzen entscheiden, das Geschenk des Jenseits anzunehmen, angsthaft freigestellt, 4, Ich kann halt nicht literweise Wasser vom Einkaufsmarkt bis rüber schleppen, Ich habe halt kein Auto, deshalb ist es halt ein bisschen scheiße, Ich kann das halt nicht meterweit stecken, das ist jetzt hier nicht, Ich muss mich doch nicht rechtfertigen, dass ich mir Getränke bestelle, das ist doch hier, So, wir haben den Schlüssel, dann können wir jetzt mal hier ab zum Wolf hinein, was soll man das noch heute schaffen im Stream, Lassen wir uns mal fressen, Oh nein, er ist ausgebrochen, Echte Männer trinken in der Regel Bier, schreibt Maudi, Ja, aber ich trinke keinen Alkohol, immer noch nicht, Ich trinke auch kein Bier, auch kein Alkoholfreies, Ich trinke einen Alkoholfreies, gut, jetzt können wir das Stolen-Happen zurück, Ok, sweet, Es sieht so aus, wie der schnellste Weg zum Foksen ist zum Boot, aus Fantasmagoria. Warte einen Moment, Sie sind mir, dass wir nach Fantasmagoria gehen? Es scheint so zu sein, ja. Sweet, ich habe immer noch einen Alkoholfreies, Ja, ja. Ich mag halt kein Bier, Ich mag meine Getränke lieber ungegoren. Hast du diese Frage schon mal gehört? Welche Frage? Diese Frage? Oder... Bestimmt. Die zweite Frage. Hast du zu einem Freund liebte? Ähm... Natürlich nicht. Ich habe jetzt hier gerade den friedlichen Mann. Was auch immer du sagst, Frau Fortuna. Jetzt, für die letzte Frage. Hast du schon jemanden gesehen, die sterben? Hm... Ich glaube sie hat das nicht. Wüsste ich nicht. Der Vater lebt glaube ich auch noch. Der Vater dann in... Ninja-Movies? No. Hm... Die da in funny ways in Ninja-Movies. Don't tell mommy. I won't. Thank you for your honesty again, Miss Fortuna. You're welcome. We're getting really close to Phantasmagoria now. Yeah, I can hear. Exciting! Oh Mann, Phantasmagoria ist ein echt fantastisches Spiel. Nein, die zählt bei uns mal wieder. Ha... Aber mit Phantasmagoria in diesem Spiel, dieser Freizeitpark namens Phantasmagoria, den machen wir im nächsten Stream. Da setzen wir uns im nächsten Stream mit auseinander. Haben wir einen guten Cliffhanger. Wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, könnt ihr fast Phantasmagoria sehen. Für heute war es das jetzt hier erstmal. Ich mache mal Schluss an dieser Stelle. Danke, dass ihr euch gefallen haben lassen. Aber dann neu seid und den nächsten Stream, den ich verpassen wollt, den nächsten Part nicht verpassen wollt, die nächste Aufnahme und das nächste Video auf meinem Kanal generell. Und dann sehen wir uns beim nächsten Stream, in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin! Ciao! Ciao! Ciao!